Servus, hier ist der Pinguin und der Prinz Knollf. Pinguin, rotes Dreck, Prinz Knollf, irgendwas wo Pepe draufsteht, schwarz zusammengeranzte Kiste. Ja, schönen Gruß erstmal von Prinz Knollf, uns geht's gut, wir sind jetzt irgendwo im Landkreis Harz. Ja, was soll man sagen, Wetter gestern mega scheiße, heute gar nicht schlecht, viel Rückenwind. Und wettermäßig war der erste Tag nicht zu toppen, launemäßig auch nicht. Mittlerweile ist es so, dass dem Pinguin der Hintern wund ist, hat er auch noch nie gehabt. Den Prinzen, dem geht's ganz gut und morgen schauen wir mal, wie wir durch den Harz kommen. Wir haben jetzt momentan Singlespeed mäßig mit 2 zu 1 halt in der flachen Rückenwind geprägten Vorharzlandschaft die Arschkarte gezogen. Aber was soll der Geiz, morgen geht's in die Berge, dann geht das alles ein bisschen leichter. Ja, gucken wir mal, wo wir am Sonntag hinkommen, vielleicht klappt das bis zum Fulda. Schauen wir mal, vielleicht melden wir uns wieder. Macht's gut, Burschen, Servus. Schauen wir mal, wir sind jetzt K buffers, honor Shoulders거든요.